So Leute, die Spoiler zu One Piece Kapitel 1087 sind raus. Ja, tatsächlich, ganz überraschend. Ich habe gerade eben noch die letzten Stunden an einem anderen Video gearbeitet. Und jetzt kann ich es ja auch sagen, und zwar meine Antagonisten-Tierliste für den Hauptkanal. Ja, da geht es endlich auch mal wieder weiter. Ich habe mich die letzte Woche auch mal wieder da fleißig rangesetzt. Jetzt, wo wir eh nicht wirklich viele Inhalte hatten. Ja, die SBS ist ja auch ein bisschen mickrig ausgefallen. Deswegen habe ich dazu nichts gemacht und mich direkt dann an den Hauptkanal-Video gesetzt. Und jetzt sind die Spoiler ganz früh da. Ja, ich weiß gar nicht, wann das Kapitel jetzt wirklich kommen wird. Ich erwarte es jetzt mal trotzdem Mittwoch, Donnerstag wie sonst. Aber eigentlich soll es erst, glaube ich, nächste Woche offiziell kommen. Aber das sehen wir dann alle. Das Kapitel heißt Battleship Bag. Und was es damit auf sich hat, das werde ich jetzt gleich erläutern. Ja, das hat eine tiefere Bedeutung, wenn es um Kusan und Gab geht. Wo wir natürlich dann auch direkt bei den Charakteren sind. Ja, wir kehren zurück nach Hachinosu. Und das ganze Kapitel soll auch auf Hachinosu stattfinden. Und den Kampf zwischen Kusan, den Blackbeard-Piraten und Gab zeigen. Ein bisschen Kobe wird auch reingeworfen. Und ich sage jetzt schon mal, macht euch alle darauf gefasst, dass wir Shiryu in Zukunft absolut hassen werden. Für das, was er vielleicht hier anstellen wird. Allem anscheinend nach. Ja, wir haben ja alle darauf getippt, dass es Gab hier nicht so ganz rausschaffen wird. Ich meine, ey, es war abzusehen. So wie wir sind alle drauf eingegangen, dass das wahrscheinlich passieren wird. Und passieren muss für den weiteren Verlauf der Geschichte gab. Ja, damals schon, bevor er überhaupt jetzt in dieser großen Thematik involviert war, hatte ich meine Todesliste gemacht. Klingt immer sehr extrem, Todesliste zu sagen. Aber dort hatte ich ihn schon ganz nach oben gestellt. Und auch in Bezug auf Kobe gesagt, so den wird es wahrscheinlich treffen. Weil es ist einfach so, er hat es für Ace nicht machen können. Dafür kann er vielleicht Kobe retten. Und ja, allem anscheinend nach kann sich das Ganze hier so ausspielen. Kommen wir aber zur Chronologie zurück. Und zwar ist es so, dass wir ein Flashback vom jungen Cousin sehen, wie er mit Gab trainiert. Und wie sie zusammen Kampfschiffe der Marine oder zumindest Kampfschiffe, wie hier steht, als Boxsäcke benutzen. Ja, wie auch immer man sich das vorstellen soll. Das klingt jetzt voll übertrieben. Und ich hoffe, dass dieser Flashback noch ein bisschen größer im Kapitel ausfällt, weil es jetzt nicht allzu viel wirkt. Aber das sind ja auch jetzt erst wieder die ersten sechs, sieben Zeilen, die wir hier haben. Und wir wissen, es ist immer so, dass deutlich mehr Inhalt im Kapitel eigentlich wirklich drinsteckt, als die ersten Spoiler uns verraten möchten. Was ja auch immer ganz nett ist, so einen kleinen Teaser nur zu haben, anstatt jetzt schon wirklich alle Informationen. Aber es geht dann weiter. Wir springen wieder in die Gegenwart und ja, dann passiert es. Und zwar will Gab gerade Kobe beschützen. Und dann passiert es. Und Shiryu, der wahrscheinlich aus dem Nichts mit seiner Unsichtbarkeitsfrucht kommt, der schafft es dann tatsächlich, Gab zu erstechen, beziehungsweise mit seinem Schwert Schaden anzurichten. Und danach ist es so, dass Gab und Cusan sich jeweils gegenseitig mit einem Haki-Angriff ins Gesicht schlagen und eine große Explosion entsteht. Und danach sehen wir das Ergebnis allem Anschein nach. Und das ist schon heftig, damit zurückzukehren. Und zwar liegt Gab am Boden. Und er sagt zu Kobe noch eine Sache. Und es klingt wirklich sehr nach Abschied. Und zwar, keine Panik. Die Gerechtigkeit wird sich durchsetzen. Und das sind ja Worte, die wären merkwürdig, wenn er jetzt nochmal aufstehen würde, würde ich persönlich meinen. Deswegen, ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Also es klingt heftig. Es klingt sehr final für Gab. Nächste Woche geht es direkt weiter dann darauf hin. Ja, also natürlich nach einem Monat Pause. Also alles andere wäre sehr merkwürdig und sehr erforderlich gewesen. Aber das sollen erstmal die ersten kleinen Spoiler gewesen sein. Also es geht einfach direkt so weiter, Leute. Dieses Jahr ist ja sowieso vielleicht das heißeste One Piece Jahr. Und ich rede nicht von den Temperaturen, die ich hier in der Dachwohnung habe. Es ist einfach unglaublich, was wir alles in der Story dieses Jahr erleben. Und ja, oder stoppt nicht. Und deswegen können wir uns freuen, wie es wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate aussehen wird. Das soll es erstmal gewesen sein. Ja, ganz spontan und ganz schnell. Vor allem hier, nachdem ich sowieso hier gerade an einem Video sitze. Hier mal nicht vor der Kamera. Vor allem bei der Hitze nicht. Also gerne trotzdem einen Daumen nach oben geben. Und dann gibt es die nächsten Tage wohl auch schon die Review. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie der Release-Kalender von One Piece inoffiziell vor allem aussieht. Also offiziell soll es, glaube ich, der 17. oder 18. sein. Das wäre, glaube ich, erst nächste Woche, wenn ich mich nicht täusche. Also keine Ahnung, wann wir es jetzt erwarten dürfen. Aber haltet mal die Augen ganz normal Mittwoch, Donnerstag offen, weil die Spoiler halt jetzt schon da sind. Das bedeutet ja, dass die Kapitel schon irgendwie im Umlauf sind und wir das eigentlich bekommen müssten. Also gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Adios.